Fleisch, Fleisch, zart und weich Messer, Messer, damit geht es besser Schneiden, schneiden, du sollst nicht lange leiden Leib, Leib, die Klinge ich in dich treib' Gosse, größe, solange ich mich nicht musste Schneller, schneller, jetzt kommst du auf den Teller Knurren, knurren, der Magen ist am Murren Warten, warten, Rost wird nicht im Garten Ich halte dich in die Hände Und werd dich gleich erzählen Brat mit Butter und Wurst 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 Fleisch, Fleisch, zart und weich Messer, Messer, damit geht es besser Schneiden, schneiden, du sollst nicht lange leiden Leib, Leib, die Klinge ich in dich treib' Der glaubte sein, du schlug an Krieg Der sollte sie vor Lade steh' Brat mit Butter und Wurst 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 Das wird sicher lecker schmecken. Fleisch, Fleisch, zart und weich, Messer, Messer, damit geht es besser. Schneiden, schneiden, du sollst nicht lange leiden. Leib, Leib, die Klinge ich in dich treib. Grosse, Grosse, solange ich mich nicht musste. Schneller, schneller, jetzt kommst du auf den Teller. Knurren, knurren, der Magen ist am Murren. Warten, warten, Wurst wird nicht im Garten. Ich halte dich in die Hände. Und werd dich gleich erzählen. Brat mit Butter und Wurst. Fleisch, Fleisch, zart und weich, Messer, Messer, damit geht es besser. Schneiden, schneiden, du sollst nicht lange leiden. Leib, Leib, die Klinge ich in dich treib. Wer traute sein, du Strucker trägst. Wer sollte sie von Lade sehen? Brat mit Butter und Wurst. 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 Ich brauche mit Butter und Wurst 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 So schwer vermisst Ja,ja Erstmal meine Soundcloud Playlist aktualisiert Ja,strahlung bei Soundcloud ist es tatsächlich sogar so Das die den alten Podcast pool cens branche ersetzt wird, dass die das Pfeil komplett löschen. Mit allen Änderungen, die du schon hattest, mit allen Fuse, alles ist runtergeflogen. Dafür ist das neue Pfeil da. Aber da sollte es wirklich kein Problem mehr geben. Cool, mich will es doch nicht mehr los. Ist das eine Drohung oder ein Versprechen? Na, Möhrchen, liebe, ja, Kräuteräulchen, ich habe mein Möhrchen in der Küche vergessen. Ich werde, glaube ich, heute mal eine Pinkelpause machen, um mir statt zu pinkeln, einfach ein Möhrchen schälen. Es klingt falsch. Also ihr wisst, wie ich es meine. Ich werde noch mir eine Möhre holen. Onkel Duka, Tag von Onkel zu Onkel. Kuro, nein, nicht beides. So, Hackenbräuche, ihr habt alle die gleiche Idee. Du konntest auch beides machen. Dürft nicht immer nur von euch ausgehen. Ich bin ein anständiger Onkel. Volle Möhre. Me too. Oder heißt das Me too? Mit drei E und T. Wie soll man es aussprechen? Me too. Nun ja. Ja, heute war für mich auch nicht so ein ganz geiler Tag. Deswegen freue ich mich umso mehr, jetzt ein bisschen Boulder Dash zu spielen. Ich hoffe nur, dass wir nach den ersten einfachen Levels jetzt nicht in so ein Gebiet reinrattern, wo einfach nur noch der Kopf raucht, weil da habe ich heute gar keinen Bock drauf. Ich möchte eigentlich ein bisschen entspannt Diamanten sammeln. Ja. Vielleicht beides, vielleicht beides. Ja, 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 ja. Mensch. Und bei euch? Wie ließ? Wie hat die Woche angefangen? Oder wie hat der neue Monat begonnen? Das ist ja die wichtigere Frage. Habt ihr alle umgeblättert? Habt ihr umgeblättert? Kalender und so? Weil, Moment. Habt ihr denn bei mir auf dem Fensterbrett stehen? Weil heute ist ja Juni. Juni. Da muss das neue Kalenderblatt in Position gebracht werden. Ja, ja. Ich hoffe, ihr vergesst das nicht. Bei mir passiert es manchmal, weil ich gucke nicht so oft drauf. Dass ich dann irgendwann Mitte des Monats oder am nächsten Monat feststelle, oh, zwei Monate vor blättern. Deswegen, lieber zeitig blättern. Dann habt ihr mehr davon. So. Oh, Kuro. Erster Arbeitstag in der neuen Arbeit. Ja, das ist dann ganz normal, dass der Kopf qualmt. und nach zwei Wochen denkst du dir, Mann, es könnte echt spannender sein. Dann bist du schon ein alter Hase. Aber genieß die Zeit. Ich hoffe, es läuft gut an und es macht dir Spaß. Was machst du denn da überhaupt? Falls du es verraten willst. Du musst nicht. So. Strahlung steckt mitten im DAX Audit. Was ist das? Ich bin so ungebildet. Lucifers Joyce, dein Stream kommt passend heute. Habe morgen, Moment, jetzt scrollt schon weiter. es ist ja fast hier Kronk-Verhältnisse. Der Chat scrollt einfach weiter, wenn ich lese. Habe morgen wichtiges Gespräch und bin echt nervös. Bisschen ablenken. Meist, ich kann ja Lebensweisheiten droppen, meist bei wichtigen Gesprächen ist es so, dass du am Abend vorher ohnehin dich nicht mehr verbessern kannst. Also da hilft es einfach nur noch den Geist zu lehren und ja, vielleicht ist der Stream da wirklich das Richtige, weil mit frischem ausgeruhtem Kopf dann da rein zu gehen hilft oft, weil lieber man kann spontan auf was reagieren, als dass man die ganzen vorgefertigten Lösungen, die dann am Ende ohnehin nicht gebraucht werden im Kopf hat. Heißt nicht, dass man nicht vorher, wenn es noch Zeit ist, ein bisschen Wissen noch tanken kann, aber am Abend vorher lieber entspannen. Cherry, dann können wir dich bestimmt aufheitern. Oh, ihr habt mich jetzt schon aufgeheitert. Ja, ist halt nicht immer alles so, wie man es sich vorstellt. Orgus Belmondus, cooler Name. saß heute acht Stunden in der Kasse, Kopf tot weh. Naja, die Kasse, ich weiß ja nicht, was es für eine Kasse ist, aber die meisten Kassen sind ja für Geldscheine gemacht und sind deshalb recht klein. Und die Münzfächer erst recht, wenn du da drin gesessen hast, dann wird mir auch der Kopf weht und ich würde wahrscheinlich gar nicht reinkommen. Aber du meinst wahrscheinlich so eine Kasse an der Bank mit so Panzerglas drumrum und mit stickiger Luft, das ist, ja, stelle ich mir jetzt auch nicht so geil vor. Aber gut, es ist okay, dass am Ende vielleicht ein paar Geldscheine an deiner Schuhsolle kleben geblieben sind. Nein, würdest du natürlich nicht machen, weil diese Menschen, die sowas machen würden, kriegen diese Jobs halt nicht. Da braucht man zuverlässige, integere Menschen. Strahlung X, ich habe den großen Kalender mit der Nummer 771. Cool. Ja, der Philipp hatte ja durchnummeriert. Finde ich auch cool. Es ist halt so schade, dass ich seither keinen Zugriff mehr auf Patreon hatte. Inzwischen habe ich die Seite ja auch aufgegeben, abgeschrieben, weil Krong sie auch aufgegeben hat. Aber keiner wusste ja so recht, dass diese Kalender überhaupt existieren dieses Jahr und dass trotzdem nur noch so wenige da sind, ist schon eine coole Sache. Freut mich, dass den meisten sie gefallen haben, dass sie sich nach dem Jahr, nach dem ersten Jahr auch fürs zweite Jahr den Kalender geholt haben. Fuchsia! Hallöchen! Manu! Ach, du bist's! Oh, dann muss ich dir ja gleich mal folgen. Oh Gott, jetzt bin ich hier nicht eingeloggt auf dem Rechner. Aber schön, dass du reinschaust! Du bist ja eine viel professionellere Streamerin als ich. Ich habe ja erst vor zwei Wochen hier angefangen und arbeite mich so langsam vor. Ich war jetzt auch übers Wochenende, was den Stream angeht, faul. Ich habe es eben schon erzählt, ich habe einen Podcast fertig gemacht und habe deshalb hier nichts weiter gemacht. Also es gibt wenig Neues im Vergleich zum letzten Stream außer so ein paar Befehle. Vom Chatbot habe ich vorher noch was für Brot mit Butter und Wurst, da mit Ausrufezeichen Brot kommt jetzt ein bisschen Text und Ausrufezeichen TAP. Und ich habe tatsächlich schon vergessen, was ich da hinterlegt habe. Könnt ihr ja bei Gelegenheit mal ausprobieren. Ja, und ich denke in den nächsten Wochen werde ich auf jeden Fall was mit den Kanalpunkten machen müssen. Also vielleicht so ein paar Soundeffekte und sowas. Ja, alles so nach und nach und ja, es widerstrebt mir immer noch, dass alles auf meine alten Rechnergurke machen zu müssen, aber ich habe es schon mal gesagt, ich dachte besser irgendwas machen als auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu hoffen. Bis ich vielleicht den neuen Rechner gekriegt hätte. Nun gut, mach dir keinen Stress, Amuna. Nee, alles gut, kriegen wir schon hin. Pö, Pö, genau, Pranke, du hast durchschaut. Der Herr Lenz, Martin, existiert eigentlich noch das Zombie-Brot? Das Zombie-Brot. Die meisten wissen jetzt nicht, wovon du sprichst. Ich habe mal ein Brot gekauft und vergessen und nach einem halben Jahr entdeckt, dass es nicht geschimmelt war und dann habe ich es einfach behalten und habe sogar bei meinem letzten Umzug, ich wollte es wegschmeißen, weil es ist halt das Zombie-Brot. Und bei meinem letzten Umzug haben sogar Menschen gesagt, bitte nimm das nach Berlin mit. Ich bin vor mittlerweile sechs Jahren nach Berlin gezogen. Das Brot war da schon einige Jahre alt. Es hat eine eigene Facebook Seite Zombie-Brot und was soll ich sagen? Also ich es es ist vielleicht nicht mehr ein Brot das aussieht als wäre es frisch vom ersten Tag. Aber es existiert immer noch. Es hat mich durch dick und dünn begleitet. Ich hätte es nach einer Zeit, also nach zwei Jahren hätte ich gesagt, alles klar, esse ich noch. Inzwischen ich habe Respekt vor diesem Brot, aber es ist hier. Es ist hier. Das ist das Original Zombie-Brot mit, ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Hier steht ein Datum. Da ist es erstmals abgelaufen. Zweiter Neunter. Ich glaube, es war der 2. 9. 2011. Also es ist jetzt zehn Jahre alt. Es wird mich wahrscheinlich überleben. Es ist leider auch jetzt hier an der Stelle schon zerbrochen, weil es ist trocken. Kleine Tiere könnte man damit erschlagen. Aber wenn ihr es mögt, wenn ihr es mögt, geht auf Facebook, liked Zombie-Brot. Es hatte nach wenigen Tagen damals 666 Fans. Ich weiß nicht, wie viele es heute sind. Nicht so viel mehr. Ich mache da auch ab und zu mal ein Foto, aber nicht mehr. Es ist ein seltsames Brot. Die Konservierungsstoffe hätte ich auch gerne für mein jugendliches aussehen. Weil seit ich 29 bin, nehmen die Falten auch ein bisschen zu. Jedes Jahr, wenn ich wieder 29 werde. Ich habe auch schon graue Haare. Ein paar. Meine Fresse, jetzt wisst ihr aber, habt ihr ja ganz schön was erfahren. So. Hahaha. Ammonia, die Gesellschaft ist krank und du kannst einfach nur versuchen, das Beste daraus zu machen. Anders geht's nicht. Mein Lebensmotto ist, ich versuche einfach nett zu sein. Das klappt nicht immer. Ich versuche es halt. Und wenn ich merke, dass ich nicht bin, versuche ich es abzustellen. Natürlich hat jeder auch mal so seine ... Also mir gehen auch Sachen auf den Sack und das muss man dann auch sagen. Aber ich glaube letztendlich fährt man besser damit, wenn man versucht nett zu sein und das Beste aus allem zu machen. Das soll jetzt nicht in einer Gehirnwäsche ausarten, aber musste mal gesagt werden. Co Lagerist Oh, ich kenne mehrere Lageristen. Habe ich Respekt vor. Und ich hoffe, dass du auch ab und zu mal was Schönes stapeln darfst. So. Pranke hat Zombiebrot geliked. Pranke, du Verrückter. Das bringt aber genauso viel wie hier zu folgen. Also es passiert nicht viel, aber du, man muss halt manchmal auch Quatsch machen können. Gut, dann, wer hat Bock auf Boulder Dach? Boulder Dach? Bock? Bock auf Boulder Dach? Ich hab Bock. Habt ihr auch Bock? Der Gag ist es wert. Sehe ich auch so. Heute habe ich wieder ein Elfmeter gemacht. Habe ich auch getwittert. Das ist, kannst ja gerade mal lesen. Ich hab nämlich einem Freund was geschickt und der hat eine Benachrichtigung bekommen von DHL, dass das Paket sich in Zustellung befindet und dann meinte er, wir hatten schon mal über was geredet und er schrieb mir auf WhatsApp, ist es wirklich das, was ich denke? Und habe ich ihm nur geschrieben, nein, tut mir leid, keine Umschnalldelust dieses Mal. Und er hat geantwortet und deswegen habe ich getwittert, schon im Moment des Abschickens ist mir bewusst geworden, dass diese Frage keine gute Idee war. Ja, und Dennis, so ist es, den musste ich einfach machen, das war ein Humor-Gag-Elfmeter, den musste ich verwandeln, da war der Torwart schon rechts unten in der Ecke und ich habe ihn einfach links oben prachial reingeknallt, da konnte man nichts mehr dran ändern. Fuchsia muss wieder weg, super cool trotzdem, dass du reingeguckt hast, hat mich wirklich gefreut, Manu, und wir quatschen mal wieder. Ich muss dir auch mal, ich lurke dich mal in einem Stream von dir. so, aber wir haben immer, wir spielen immer noch nicht, ich mach jetzt mal hier schon eine Ewigkeit am Streamen, Kräuteräulchen, keine Lieferung von Dildo Kings, nein, die liefern nicht mehr an mich, Quatsch, ja, Bierchen, boah, heute, ich quatsch weiter, heute habe ich erfahren, dass der Bürgermeister in Berlin jetzt am Freitag im Grunde, ja, fast alle Hemmungen fahren lässt, also Gastro, Gastronomie ist im Außenbereich wieder komplett frei, im Innenbereich mit Schnelltest, Großveranstaltungen sind wieder erlaubt, außen 500 Leute, innen 200 Leute, also das, also entweder geht das jetzt prarial schief oder wir haben es jetzt erstmal geschafft, das Einzige, also ich bin da noch ein bisschen skeptisch und vorsichtig, also ich werde weiter mit Maske rumlaufen, wenn ich mich irgendwo im Innenbereich bewege, aber auf was ich mich freue, ist, dass dann wahrscheinlich Flohmarkt auch wieder losgehen und ich habe so Bock mal wieder über den Flohmarkt zu schlendern, das war ja so mein Hobby seit Jahren und in Berlin habe ich es ein wenig kultiviert, wirklich dann immer rauszufahren und das war so meine Wochenendwanderung über den Flohmarkt laufen und seit einem Jahr fast, also der letzte, nicht ganz, also der letzte Flohmarkt fand statt hier im September, wo ich war. Ja, den gab es noch, aber die ganz großen haben auch nicht stattgefunden und ich freue mich so, wenn ich mal wieder drüber schlendern kann. Jo, Flohmarkt. Cool, teilweise entdeckt man auch echte Schätze da, das stimmt, aber das meiste ist halt schon ramsch und die Konkurrenz war hier, zumindest in Berlin, am Ende auch echt, Puh, weil jeder hat gedacht, Videospiele, da mache ich voll Geld mit und erst haben die ganzen Leute alles, wo Mario draufsteht, mitgenommen, dann alles, wo Pokémon draufsteht und die kaufen, du kaufst das halt super günstig und dann landet es für den zehnfachen Preis in irgendwelchen Internetgruppen und verkauft wird es dann aber auch nicht mehr wirklich, also ja, wer keinen Spaß dran hat, sollte sowas echt nicht machen, zum Geld verdienen ist es einfach nur Stress. So, jetzt aber. So, jetzt schalte ich noch kurz im OBS die Vorschau aus, um ein wenig Performance zu sparen und dann Kopfhörer auf. Die Mucke vom Spiel läuft, die hört ihr auch, oder? Ich frag lieber nochmal. Pranke, ja, die Retro Games sind aktuell wirklich super teuer, das ist aber, das ist schon so eine Art Plaza, also ein paar waren schon immer teuer und die werden auch noch weiter teuer, aber so lose Allerwelts Module oder CDs oder irgendwas, was nicht komplett ist und so, das ist ein Hype gerade. Musik ist gut, danke für die Rückmeldung, Eulchen. Alle hören Musik. Das ist fein. Gut, dann, wir waren hier bei Mag Marnua C. Wir haben es ja nur ganz kurz gespielt, am Freitag zum Aufwärmen und heute geht's da weiter, Level 16. Hui. So. Toll. Ah, Knopf drücken, dann geht's. Oh nein, ich hab grad was geöffnet, ich weiß noch noch gar nicht, ich muss mich doch erstmal wieder zurechtfinden, so geht's ja toll los. Also, ich hab da drüben irgendwelche Extras, aber nur ganz wenige. Oh, und ich brauch immer einen Goldbarren, um neu zu starten, ich darf halt nicht zu viel Mist bauen. Aber momentan, momentan ist alles gut. Diamanten, ich sehe da drüben Diamanten, da komm ich nicht durch. Oh nein, oh nein. Äh, nein. Das ist, Level 16 ist schon voll schwer. Oh Mann. So. Nein, nein, nein. Habe ich die mal befreit und werde jetzt irgendwie versuchen, mal so eine Bouldere auf die zu stoßen, aber ich bin zu nahm und die habe ich wieder eingesperrt. Aber ich bin super gemacht, Onkel Jo, ganz klasse. Der Bouldere ist der Experte. Ich sag's ja, ich hoffe einfach, dass das, nein, dass das nicht zu schwer wird. Ich bin dreimal gestorben in dem Level. Gibt's doch gar nicht. So. Aber die Kraken, die gaben, Mann, das geht aber auch schnell. Die Kraken gaben doch auch Diamanten, ne, wenn man die kaputt macht. Ne, die platzen nur. Okay, dann kann ich's auch leben lassen. Punkte sind mir ja egal. Hä, wie komm ich denn? Nein, nein. Ah, da komm ich nur dran, wenn ich was platzen lasse. Oder ne, oder einen Ich brauch nicht Goldbarren? Ehrlich nicht? Moment. Ich glaube, du brauchst nicht immer einen Goldbarren, nur dann startet das Level sicher wieder von vorne. Naja, solange ich Goldbarren hab, kann ich ja noch ein paar verbraten. Und hier könnte ich mal einen brauchen ich gar nicht. Ich wollte gerade eine Dynamitstange nehmen, aber jetzt ist es quasi von alleine geplatzt, weil ich da diese Goldbarren verwendet hab. Ist okay. Ist okay. So, jetzt brauch ich nur noch mehr Diamanten, um meine Drei-Sterne-Wertung zu kriegen. Drei-Sterne-Wertung hier könnte ich noch jemanden umbringen. Okay. Das machen wir doch glatt. Naja, mich selbst, ne? Und vorbei. Ist ja klar. aber die geben ja was. Ich spreng mal so ein. Warum gab der denn jetzt nix? Da ist noch ein Diamant, den ich übersehen hab. Drei-Sterne! Na also. Aber der Ausgang ist noch zu. Muss ich erst alle töten? Ehrlich? Aber das schaffe ich doch gar nicht. Was bringt denn diese Schneeflocke? Ah, Zeit anhalten. Gut. Gut, dass ich's weiß. Gebracht hat's jetzt gerade nichts. Ja. Mist. Ich glaube, ich muss das Level neu starten. Ich mach mal Pause. Oder seht ihr noch ne Möglichkeit? Ultra Instinkt High. genau. Flosen Heinz, Hallöchen, guten Abend. Wir spielen Boulderdächt Deluxe, die neue Version. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Level jetzt für mich nicht mehr beendbar ist. weil ich Mist gemacht habe. Ich kann nichts mehr vergraben. Ich kann nur noch meine letzte Dynamitstange nehmen. Das bringt ja nichts. ich starte neu. Okay, Neustart. Nochmal. Nochmal. Jetzt machen wir's anders. Jetzt machen wir's anders. Jetzt machen wir das so. Moment. Jetzt schiebe ich das erst hier rüber und dann spreng ich hier was weg. Jetzt sind die schon mal alle tot. Man muss ein bisschen schlauer vorgehen. Ich merke das schon. Ja, es hat was gefehlt. Zwei Diamanten oben links. Ach, da, ja. Aber da waren ja keine mehr. Insofern musste ich's neu starten. So, her mit den Klunkern. Okay. Was passiert hier? Am besten das Vieh tüten. Jetzt komme ich hier schon nicht mehr ran. War das... Habe ich schon hier falsch gemacht, ne? Ah. Aber von oben vielleicht. Ich hab's ja nicht eilig. Außer so ein bisschen. Kann ich ja ein bisschen rumprobieren. So. Ich hab's doch schon wieder nicht. Ich hätte das da nicht machen dürfen. Na! Knobeln! Meine eine Dynamitstange? Echt? Soll ich die jetzt hier nehmen? Naja, von mir aus. Nein! Falscher Knopf! Saugut! Oh Mann! Wie dumm kann man denn spielen? Das ist doch mein Tod! Zeit läuft ab, toll! Ich guck' ich guck' gar nicht erst in den Chat, da steht bestimmt ein Trottel! Aber ich hab's geschafft! Ausgang ist frei, aber so richtig geil war es nicht. Also, nee. Oh. Also, ich fühl' mich gerade nicht souverän, um das mal so zu formulieren. Naja, gehen wir mal raus. Ah! Amun, ja, ja, ja. Wir würden nie Trottel sagen, das will ich euch auch raten, weil ich kenne den Ben-Befehl. Stimmt, man konnte die Felsen zur Seite ziehen. Ich hab' das alles schon wieder vergessen. Eine neue Dynamitstange. Und ein neuer Ice-Goal. Gut. Level 17. Ja, Pranke, erstmal wieder reinkommen. Du hast vollkommen recht. Und Spaß macht's ja auch. Wenn ich die Greiffunktion halte und eine Richtung drücke, kann ich einfach an einer Stelle stehen und Erde neben mir beseitigen. Oder einen Diamanten. Ah, okay. Wie ging das denn nochmal? Nein! Falsche Taste. Ah, okay. Trigger-Taste drücken. Hätte ich vielleicht eben auch was machen können. Was soll's. Oh! Hab ich gar nicht gesehen, dass da was war. Ja. Geht nicht Geld, diese Goldbarren-Geschichte. Jetzt hab ich mir einen Weg verbaut, oder? Nee, geht noch. Nein! Ich komm' nicht mehr ran an meinen Schatz. Na ja. Der Ausgang ist ja schon frei. Und ich hab sieben von sechs Goldbarren. Hm, wie geht denn sowas? Ich hab' nicht mehr ran an meinen Schatz. Und das ist mein Schatz. Das ist mein Schatz. Schon 2 Levels Werden wir es heute durchspielen Ich glaube am Anfang steht was Es hat 180 Levels Und da sind auch noch Levels dabei Die der Originalentwickler Für das Spiel extra entworfen hat Das finde ich besonders cool Hollerö Demen Xim 4M Wie auch immer man dich ausspricht Ich bin so schlecht in Leadspeak Koro Meine Frage zur kommenden E3 Ja Ich beantworte nebenbei gerne auf Fragen Das Spiel gibt es ja her Gibt es eine PK auf die du sehnsüchtig wartest? Tatsächlich Warte ich am meisten auf Ubisoft Weil ich immer noch Die Hoffnung habe Dass sie irgendwann ein neues Rayman Legend ankündigen Naja Ich bin da Optimist Und Auch wenn sich die Teile Nicht bahnbrechend verkauft haben Ich glaube immer noch da dran Ich möchte gerne ein HD 2D Rayman haben Ein neues Weil das alte ist einfach perfekt So Das musste gesagt werden Aber Neues Assassin's Creed macht ja auch immer Spaß Also auf Das gucke ich mir auch immer gerne an Dann Danach Natürlich Sony und Microsoft Nintendo Finde ich jetzt Das ist so Also da gibt es immer bei den E3 Sachen Nicht so viel spannendes Neues in den letzten Jahren Fand ich Da sind die ganz normalen Streams Die da immer kommen Genauso gut Also Nintendo gucke ich eh Ja Ich werde auch Das ist der Plan Irgendwas davon Ich weiß noch nicht was Ob Alles wahrscheinlich nicht Aber auch ein bisschen was Hier im Stream Kommentieren Also wir können zusammen gucken Neues Splinter Cell Ja Die haben ja jetzt erstmal Neues Far Cry Angekündigt Aber irgendwelche Neuigkeiten Gibt es immer Bei der E3 Da hebt sich ja jeder Publisher Irgendwas für auf Oh man Da fällt mir jetzt wieder ein Wie das immer war Wenn man da vor Ort Auf den Pressekonferenzen Gesessen hat Das ist wie aus einem Anderen Leben gerade Also ich kann mir das Gerade überhaupt nicht mehr Vorstellen L.A. ist auch so weit weg Und da mit so vielen Leuten in einem Raum Ist schon krass Ja Also ich Kuro Ich mache Bei der E3 Was gemeinsam mit Sven Und wir Quatschen dann ein bisschen Aber wir haben uns Noch nicht genau Entschieden Was wir machen Aber irgendwas Können wir bestimmt Auch zusammen gucken Was habe ich denn Probiert Ach den Namen auszusprechen Ja Probiert und gescheitert Sorry Dass ich da nicht besser bin So Strahlung Ja Ich erinnere mich noch dran Die Verbindung war Ein bisschen Schwierig Weil jeder versucht hat In L.A. Das ist ja direkt Dieser Wäscheladen Der war direkt am Lakers Stadion Stadion Und Ja Da war das Handynetz Einfach nicht stark genug Aber ja War lustig War lustig Hat auch Spaß gemacht Und Oh Mann Für 2020 War das ja auch Alles geplant Mit viel besserem Equipment Dass ich dafür Kronk rumlaufe Und dann kam die Pandemie Wirklich schade So Nächstes Level Danach können wir Noch mal ein paar Fragen beantworten Gerne Zwischendurch Immer mal wieder Aber Weiter spielen Ist Pflicht Jetzt spielen Sparkling Reef Das blubbernde Riff Okay Ich habe ja Angst Wenn ich mich bewege Dass ich sofort einen Fehler mache Habe ich wahrscheinlich Jetzt auch schon Jetzt geht es hier doch schon Wieder nicht mehr raus Jetzt probiere ich das mal Mit dem ziehen Klappt ja toll Bringt gar nichts Ja Habe ich mich doch schon mal Perfekt eingebaut Cool Neustart Super Und ich sage es noch Ich habe Angst Ja Aber wie macht man es denn richtig Den erst rüberschieben Wo geht es denn hier weiter Nein Das wollte ich gar nicht Dass ich den da hinschiebe Nach unten kann ich aber Okay Nein Nein Ich starte von vorne Nein 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 Ich dachte ich soll schneller Ja komm Gold bauen Ja komm Gold bauen So Das wollte ich nämlich jetzt noch ausprobieren Das war bei den alten Boulderdicht auch so Wenn man unter dem Brocken stehen bleibt Dann wackelt der zwar schon so Als ob er fällt Aber er fällt erst wenn man weg geht Hatte ich ein bisschen Angst Dass das nicht klappt Aber jetzt Scheint es ja zu gehen Eiu Gut Nein 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 Zu viel Uiuiuiui So Nein Dummheit Was Der geht da ganz durch Den möchte ich nämlich noch Wegbouldern Ja Also mit dem Timing Das ist noch nicht so weit So Habe ich jetzt hier noch Diamanten übersehen Warum ist eigentlich die ganze Zeit das hier noch eingeblendet So Sorry War irgendwie ein kleiner Bug Dass da Das Overlay noch eingeblendet war So Da sind aber noch Diamanten Die ich holen möchte Wenn es geht Auch wenn der Ausgang offen ist Na Wie kann man es denn nur so doof spielen wie ich So Fünf Sterne Zehn von acht Sieht gut aus Voll cool. Aber ich muss das irgendwann noch mit sinnvollen Sachen verknüpfen. Ist das Spiel eigentlich für Tablets? Sieht irgendwie so klobisch aus. MeToo? Nein, ich spiele es auf dem PC. Aber es gibt es auch für Konsole, wahrscheinlich auch für Tablets. Und klar, es sieht so klobisch aus, weil es ist ja auch ein einfaches, simples Spiel für zwischendurch. Das auf einem Spiel basiert, das ich weiß nicht wann, in einem Boulder, der ich rausgekommen ist, wahrscheinlich 1980 oder so. Also es hat schon 30, 40 Jahre mindestens auf dem Buckel. Da gab es auch für, ich war ja ein Amiga-Kind, für ein Amiga gab es auch so ein cooles Ding, das war auch aus Deutschland. Das hieß Emerald Mine. Das war auch von Kingshoff, hieß die Firma damals. Auch eigentlich ein billiges Ding, aber auch schön gemacht. Hat auch Spaß gemacht. Und jetzt mal eine Frage, Hand aufs Herz. Wer kennt das? Auf dem C64, bitte alle mal die Hand heben, die es kennen. Werner Flaschbier. Super Kultik. 1984. Flimme mit Randir. Dankeschön für die Info. Der Lenz, ja, zu spät. Ich hab die Info schon. Oh, da heben viele die Hand. Da heben viele die Hand. Oh nein, Landkärtchen, Twitch ist bei dir schlecht. Das tut mir leid. Ich glaube, es liegt diesmal nicht an mir, sondern an deiner Verbindung, also hoffentlich ist es bald wieder besser. Hab auch noch einen schönen Abend. Emerald Mine hatte die schönere Grafik. Ja, kein Wunder. Oh, DS war ja auch für eine Amiga. Amiga hatte generell 16-Bit-Grafiken im Vergleich zum C64 mit 8-Bit. Hey, hey, hey. Oh, der Herr Koro ist schon der Handrasenmäher vergoldet. Ich hab da aus Spaß, Mann. Ich weiß auch noch nicht, was das bringt, dass man gleichzeitig den Bot hat, wo es eigene Rängen gibt und es gibt ja auch noch diese Kanalpunkte. Ich muss mal gucken, was da sinnvoller ist, weil beides gleichzeitig auch mit den zwei Währungen da ist irgendwie sehr Quark. Ah, die großen Buttons. Sound, alles. Wer hat das jetzt gemacht? Wer hat Badum gemacht? Pro 7. Okay. Pro 7. Ich verstehe das Wortspiel. Emerald Mainz zu zweit. Ja, das war wirklich cool. So, Schatz, gehst auf. Ein legendärer Schatz. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Schlüssel, Blitze, mal zwei. Wahnsinn. Ich scheine hier irgendwas sehr Cooles aufgetrieben zu haben. Ich muss das mit den Sound und du darfst wieder einschränken, glaube ich. So, ähm, das habe ich jetzt aber schon alles. Okay. Dann habe ich hier noch irgendwas. Da brauche ich noch mehr von... Oh. Wann kommt das nächste? Wenn ich 30 goldene Blitze habe. Okay. Dauert also noch ein bisschen Zeit genug, einfach das nächste Level zu zocken. Oh, ich hätte mir schon lange Hosen anziehen sollen. Ich sitze hier noch in kurzen Hosen. Ich merke, dass es langsam frischer wird. Frischer. Oh. War das dumm. Okay. Äh, uh. Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum sich manche in Diamanten verwandeln und manche nicht. Hat das schon jemand gerafft? Oder ist das generell bei einer gewissen Sorte so, dass die Krabben... Aber es gab doch eben auch Krabben, die sich nicht verwandelt haben, oder? Charlotte hat 27 Grad. Oh, ich wäre so gerne in Hessen, ey. Hessen sind die Besten. Nichts gegen die anderen, aber mehr als ein Hesse kann der Mensch nicht werden, ne? Ja, Kräuterölchen, ich habe ja keine Ahnung, was das bedeutet hat. Ich stelle das alles nochmal richtig ein. Wäre jetzt auch blöd, wenn alle hier rumfurzen, ne? Jo, was? Das Twitch heute den Jo nur 1080p-Quelle zuspricht. Das kann ich aber beeinflussen, oder? Also ich habe das jetzt hier auf 1080p gestellt, aber ich weiß nicht, ob das das forciert, dass man es unbedingt so gucken muss. Retro-Ecke, Rayman am Start. Ja, ich hätte kein neues Rayman. Die alten habe ich ja gespielt, die muss ich jetzt auch nicht nochmal spielen, die habe ich zur Genüge gespielt. Mann, warum gehst du denn nicht runter weiter? Was soll das denn hier? Was soll das denn hier? Ja, klar. Ja, klar. Ich muss das hier auch mal ein bisschen mehr wegbuddeln, weil genau wegen sowas hier geheime Kistchen drinstehen. Noch ein Kistchen. Ich hätte vorhin auch schon ein bisschen mehr wegbuddeln sollen. Noch ein Kistchen. Aber mir fehlen noch fünf Diamanten. Wo verstecken die sich? Habe ich Mist gemacht? Äh, nein. Hier sind keine mehr. Ich habe irgendwas falsch zerstört. Hier ist doch nichts mehr. Wie soll ich denn hier noch an Diamanten kommen? Hätte ich die eben anders sprengen müssen? Ja. Hätte ich wohl ein Vieh anders wegsprengen müssen. Okay, dann halt nochmal. Herr Lenz, der Boulder-Dash habe ich damals auf dem C64 gespielt. Oh, Pro7, danke für das Abo. Das ist aber lieb von dir. Wie gesagt, an alle, die hier noch nicht so lange zugucken, ich habe das alles gerade erst aktiviert. Ich weiß noch nicht, was ich anbieten kann dafür, wie es genau funktioniert. Und es kommt alles nach und nach dazu. und ich habe auch noch keine Alerts dafür, also falls ich euch übersehe, wenn ihr was abonniert oder wenn ihr radet oder sonst was, nehmt es mir nicht krumm. Ich versuche, das mitzukriegen und werde das auch über kurz oder lang richtig einrichten. So. Plupsi! Auch wieder da. Schön. Wir spielen Boulder-Dash-Deluxe. Ich hätte es von vorne gewollt. Jetzt habe ich umsonst einen Goldbarren verbraten. Ja. Und hier gibt es nichts mehr. Ich habe das Level geleert und habe es versiebt. Also Neustart. Gut. Diamantenfieber. Kann man die Diamanten eigentlich auch weg sprengen aus Versehen? Ich hoffe nicht. Ein Kistchen. Sehr gut. An die Podcast-Hörer. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist in der neuen Folge von Start & Select. Da geht es ja um Resident Evil 8 und der Christian, mein Gesprächspartner, der Yuga, der meinte, dass ihm Lara Loft in der Synchronrolle so gut gefallen hat und ich habe echt lange gesucht und habe dann auch, weil ich wollte gerne zwei Stellen so gegenüberstellen. Also ihre deutsche Sprache, Sprachausgabe, die sie für die Figur aufgenommen hat. Oh nein, ich hatte Pause drücken. Im Vergleich zu der auf Englisch, habe ich da eingebaut. Also wer das gehört hat, fandet ihr das cool, dass ich das gemacht habe? Weil es war schon ein bisschen zeitaufwendig für, keine Ahnung, zehn Sekunden Spaß am Ende. Aber ja, muss man halt manchmal machen. Ja, Mithu, ich meine auch, dass die Diamanten kaputt gegangen sind in Boulderdäsch. Hier offenbar nicht. Aber wir sind ja auch noch am Anfang. Ich glaube, wir haben längst nicht alles gesehen, was hier möglich und nicht möglich ist. Das haben wir schon mal gesehen. Weiß gar nicht, bei wem. Keine Ahnung. Der gab nichts. Wie gemein. So, einer fehlt. Nein, habe ich den gerade aus Versehen kaputt gemacht irgendwie. Da war doch eben ein Diamant. Ich hatte den Eindruck, ich habe ihn nicht aufgesammelt. Ah, nee, ne? Habe ich echt jetzt einen mit dem Fels zerstört? Hat das einer mitbekommen? Ja, das gibt es keine mehr. Mach ich mich tot? Nein. Mist, nochmal von vorne. Okay. Also da ist zumindest jetzt nichts kaputt gegangen. Jetzt habe ich noch zehn. Zehn Diamanten. Das ist eine gute Ausbeute. Das sind auch sechs, neun. Warum sind das nur neun? Das war nur neun. Ist ja irgendwas schief gegangen. Vier. Das sind nur acht. Und das war dumm. Sau dumm. sind wieder neun. ich check das nicht. Warum geben die denn unterschiedlich viel? Ja. Oh, komm. Jetzt hat er nicht dahin gelenkt, wo ich wollte. nein. Ich kann ihn nicht mehr töten. Ich kann ihn nicht mehr töten. hm. Franzした. Pflege. Vielleicht nur so viele Diamanten, Also, das sind ja zwei unterschiedliche Theorien. Einmal Platz schaffen und einmal möglichst keinen schaffen. Ich probiere das mal jetzt an dieser Krabbe da unter mir. Da sind jetzt drei Plätze frei. Vier, wenn ich den Stein wegräume, mal gucken, was passiert. Neun. Ich glaube, mehr. Aber einen habe ich vorher schon aufgesammelt. Also, ich glaube, mehr als neun geht nicht. Checken wir das nochmal gerade an dem Vieh hier. Neun. Auch neun. Na komisch, jetzt gibt es immer neun. Wenn man drauf achtet, gibt es immer neun. Gut zu wissen. Neun. Neun, neun it is. Das gab wieder keinen. Ja, ich verliere ein Leben. Ist okay. Der Ausgang ist frei. Oh, hätte ich auch nochmal hingehen können. Fast. Egal. Wir haben es ja. Gold. Was ist das schon? Am Schluss kann man es auch nicht mitnehmen. Gut. Aber wenn ich eh noch Zeit habe, grabe ich hier noch ein bisschen rum und hoffe, noch eine Schatztruhe zu entdecken. Aber habe ich wohl schon alle entdeckt. Oder wie? Da kommt ja nichts mehr. Kaum eine noch. Oh. Nein, noch ein Leben würde ich jetzt nicht verlieren. Nein. Nein. Warum? Nein. Ach komm. Sprengen kann ich auch nicht mehr. Oh ne. Jetzt muss ich nochmal spielen. Oh. Flimmer mir dran dir. Okay. Ich. Ja. Typisches Gierproblem. Ja. Nein. Jetzt habe ich auch noch das genommen. Ah. Aber. Jetzt wird ja einmal gesprengt. Hat sich sogar gerechnet. Oh Mann. Okay. Okay. Aber Leute, ich muss nochmal eine Mini-Pause machen und mir eine lange Hose anziehen. Ich merke es sonst. Ich merke schon, dass meine Nase zu geht. Wenn meine Beine kalt werden. Dann hole ich mir in der Zeit auch mal eine eine Möhre. Ganz kurze Pause. und ihr könnt alle aufs Klo gehen, wenn ihr möchtet. Dann geht sofort weiter mit dieser Kiste, die ihr da vor euch seht. Ne? Wo ist mein meinen Pause-Screen-Dizer? Also, bis gleich. Nicht weglaufen. Wir gehen Ein Koffein, Wetter schön, schau Fenster sehn. Ich steh in der Umkleide, zappel hin und her, muss mal pissen gehn. Schmuss, Pibi, Schmuss, Pibi, Schmuss, Pibi, ganz doll. Schmuss, Pibi, Schmuss, Pibi, Schmuss, Pibi, sonst piss ich mich voll. Wir fahren, Autobahn, Blinker links, wir halten nicht an. Ich schwitz, hinten auf dem Sitz, Urin aus jedem Körperritz. Schmuss, Pibi, Schmuss, Pibi, Schmuss, Pibi, ganz doll. Schmuss, Pibi, Schmuss, Pibi, Schmuss, Pibi, sonst piss ich mich voll. Ich muss unbedingt aufs Klo. Es dauert nicht mehr lang, bis auch der letzte Damm bricht. Doch es ist keine Toilette in Sicht. Traumstrand, Urlaubsland, tausende bräunen sich im Sand. Kühles Bier, direkt neben mir, spring ins Meer, wenn ich uriniere. Schmuss, Pibi, Schmuss, Pibi, Schmuss, Pibi, Schmuss, Pibi, ganz doll. Schmuss, Pibi, Schmuss, Pibi, Schmuss, Pibi, pisst die Fische voll. Schmuss, Pibi, 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 schmuss, ihn besorgt und jetzt geht's weiter Max Freemus, dir gefällt das Lied, das freut mich, das soll es auch bei Spotify geben Jens Schmus Pibi ist Teil unserer damals veröffentlichten EP Brot mit Butter und Wurst von Abgeordneten Telefonaten Seltsamerweise verschwindet immer das Bild vom Spiel, wenn man mal den Tab wechselt Memphis, die Band gibt's so nicht mehr, aber wir haben noch ich hab mit einem Kollegen noch ein unveröffentlichtes Album auf der Festplatte das ich irgendwann raushauen werde ich hab ein Seil gewonnen oh, dafür gab's nur zwei warum nur zwei das ist aber doof müssen wir das ja nochmal spielen drei Sterne muss schon sein was hat denn gefehlt, die Zeit ein bisschen schneller nein jetzt haben Diamanten wieder gefehlt das war jetzt nicht so schlau oder jetzt hab ich weniger Diamanten mal schnell nochmal spielen nochmal von vorne ich hab schon wieder Mist gemacht weil jetzt hab ich's verstanden der Diamant kommt nicht, wenn ich die Stelle blockiere an der er erscheinen würde ja, Kräuterolchen schnell hintereinander sammeln für Kombo-Punkte stimmt, aber das bringt ja nur Punkte oh, da hatte ich eben zu wenig Punkte ich starte nochmal ich muss das verstehen D drüber um größer dire wie du da du ų argument ich H dB ich Ah, zu langsam. Oh nein. Durch die Wand gab es nur sechs jetzt. Oh nein. Das kann ja nichts mehr werden. Brauchen noch mehr Möhrchen. Oh nein. Ich merke, das Spiel wird jetzt schon knifflig. So, jetzt sammle ich die doch mal alle ganz schnell hintereinander auf. Mal sehen, was für einen Bonus das gibt. Naja, maximal tausend. Nicht nach da. Oh, Alter. So. Wenigstens in die Falle nicht getappt. Nein, aber in die... Oh nein. Oh Mann. Komm, ich investiere. Das war wahrscheinlich ein ganz dummer Fehler. Hat aber gereicht. Oh, Luzi, was zeichnest du denn? Toll. Ich sammle noch 299 Codes. Wie viele Jahre soll ich das denn spielen? Ah, ich glaub, die Extras muss ich ein bisschen mehr einsetzen. Diese Lupe hab ich noch gar nicht benutzt. So, und wisst ihr, was jetzt passiert? Jetzt kommt. Das letzte Level der ersten Welt. Ob's da wohl einen Endboss gibt? Wir werden's sehen. Quicksand. Ah, Treibsand. Wahrscheinlich nur besonders schwer oder so. Hm, fast keine Gegner da. Interessant. Ah, Diamanten kann man auch im Fallen aufsammeln. Gut zu wissen. War mir auch nicht sicher, dass dem so ist. Oh, nein. Falsche Richtung gelenkt. Salamandagang. Oder Gang. Wildschweine. Ihr redet über was danach. Ich spiel da weiter. Okay. Da geht's nicht weiter. Ich muss da rechts rüber. Mann. Ich passe aber auch nicht auf. Ja, komm. Solange ich noch Gold hab, werde ich es einsetzen. Ricebowl. Hi. Streamst du eigentlich auch Rayman 1 für uns? Oh, ich bin nicht der Riesenfan von Rayman 1. Das sieht zwar hübsch aus, spielt sich aber extrem träge. Aber, ja, ich sag jetzt mal nicht nein. Nein. Ohne zuzusagen, sag ich mal nicht nein. Könnte passieren. Wie viel jemanden brauchst du noch? Drei. Nein. Warum sehe ich die denn dauernd nicht? Blöde Skorpione. Ja, komm. Ich glaube aber mit meiner Art, diese Levels zu lösen, kommen wir am Ende doch nicht sehr weit. So, da muss ich unten das wegkramen. Nein. Ah, jetzt komm ich nicht durch. Kisschen. Kisschen. Ausgang ist frei. Jetzt ist nur die Frage, wo war denn der Ausgang? Ah, da drüben. Okay. Das war Level 20. Das war Level 20. Ein Power-Up. und noch ein legendärer Schatz mit vielen Extras. Schatzkisten ohne Ende. Ein sehr seltener Schatz. Was ist das? Benzin für die Kettensäge von Manic Mansion, ein Blitz und Gold. noch eine Schneeflocke. Mann, hier geht's ab. Ich habe hier eine riesen Schatzkammer entdeckt. Ich komme mir vor wie Alibaba. Nongo Mountains, Death Mania. Death, reden wir nicht drüber. Ich weiß auch nicht. Du hast alle Höhlen in dieser Welt geschafft. Sehr gut. Nun hol drei Sterne in allen Höhlen oder versuche eine andere Welt. Wohl weißlich hat Rockford und sein zweiter Gesell auf Rollschuhen, dessen Name ich gerade wieder vergessen habe, der mir entfallen ist, die drei Sterne pro Level schon gemacht. Mal sehen, was passiert. Also habe ich einfach jetzt die nächste freigeschaltet. Oder war die schon vorher? Keine Ahnung. Ich gucke jetzt noch mal hier rein. Ich bleibe bei modernen. Hier fehlt noch jede Menge für das nächste. Aber der Name von dem Typ war nochmal, Moment. Rollzons. So. Vielleicht behalte ich ihn mal. Da kann ich Gold ausgeben, aber das brauche ich ja für Restart. Möchte ich nicht ausgeben. Schätze habe ich alle. Und das sind die Optionen. Also mehr kann ich doch hier nicht machen. Oh, guck mal. Ah, das sind die die klassischen Boulder Dash Levels und die Lipa Welt. Lipa ist der Entwickler, der Originalentwickler. Der hat hier noch ein paar neue Levels designt. Okay. Stell ich euch jetzt mal zur Wahl. Soll ich in der zweiten Welt weiterspielen? Miu Beach oder Classic mal probieren oder Lipa Welt? Ich gucke mal in den Chat. Hallo, Koro. Welcome back. Elfin, hallo. Grüß dich. Du hast keine Ahnung von dem Spiel. Du bist hier genau richtig. Ich habe hier auch keine Ahnung. Ich kenne es nur ein bisschen von früher. Das gab es nämlich auf so Konsolen und Computern, Heimcomputern wie dem C64. Uralt. Und es war damals ganz lustig. Da gab es auch verschiedene Klone von. Mit Emerald Mine und Flaschbier und sowas. Und heute sind die fast ausgestorben. Und ich habe halt gesehen, ein deutscher Entwickler die Rechte sich besorgt an Boulderdächt, dem Original und hat diese Classic-Version, also nicht diese Classic-Version, diese Deluxe-Version neu aufgelegt mit neuen Levels. Sind aber auch die alten wohl drauf. Und ich habe gerade gefragt, soll ich jetzt mit Welt 2 weitermachen? Die erste haben wir abgeschlossen. Oder die Classic-Levels, die ganz alten, mal probieren. Oder die Lipa Welt ausprobieren. Lipa ist der Entwickler. Der hat extra für das Spiel, also der Ur-Entwickler, der hat für das Spiel auch noch ein paar neue Stages designt. Oh, Master-Tags. Super. Ist voll lieb von dir, dass du Abos verschenkst. Also bis jetzt ist Classic ganz klar vorne. Dann machen wir das. Ein bisschen den Apfel noch. Ja, tut mir leid, ich weiß, es ist super unprofessionell im Stream zu essen, aber gesunde Sachen gehen durch. Dann gucken wir uns die mal an. Boah! So war das damals. Ich weiß nicht, ob ihr die Spielfigur seht. Die ist da links oben, dieser komische Typ mit der Hose, dieser Wurm. Und das war C64, ja. Boah! Ist das lange her, ey. Boah! Ist das alt, wie krass. Ja, wer hat schon Augenkrebs gekriegt. Ab zum Doktor. Ausgang! Ja, das ist das Original. Wie geil, wie geil. Macht aber auch irgendwie auch Spaß. Okay. Irgendwie kommt mir das ein bisschen schneller vor als die neue, die neuen Devils. Oder ein Gegner, ein böses Vieh. Gibt es auch Diamant, wenn ich es töte? Soll ich es rauslassen? Toll! Es läuft weg! Ob das klug war? Zumindest bin ich nicht dran gestorben. Ist ja schon mal was wert. So, weiter nach oben geht es nicht. Aber wie komme ich denn hier durch? Erst den Stein weg und dann den weg. So. Letzter Ausgang oder wenn es so blitzt? Wo war der Ausgang? Schnell zum Ausgang. Bevor die Zeit abläuft. Schnell zum Ausgang. Da blinkt er schon. Nein! Ich dachte schon, ich mache ihn kaputt. Oh, nächstes Level. Orkos Belmondus neben China Sisters und was war das? Kommando, mein liebstes C64-Spiel. Ja! Kann ich verstehen. Wobei, auch Frage an dich. Kennst du noch Flaschbier? Werner Flaschbier? War auch geil. Oh, die Levels werden echt groß. Oh, und jetzt muss man schon langsam denken, damit man sich nicht einbaut und da weiterkommt. Und ihr wisst ja, Denken ist jetzt nicht so das Spezialgebiet, das mir so Spaß macht. Ich will lieber töten. So, erst mal mal darüber, ne? Okay, 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 habe ich mich da schon zurückgebaut. Man weiß es nicht. Oh, die alten Levels machen mir mehr Spaß als sie nicht. Yeah! Kräuteräulchen. Ja, genau, habe ich auch gerade festgestellt. Die alten Levels irgendwie, haben die ganz schön viel Charme. vollgekleckert, toll, mit einem Apfel. Schafft auch nicht jeder. Das Schaf ist da. Ich baue irgendwann mal so ein Schaf-Sound hier ein. Schönen guten Abend. Oh, große Frage, weiß ich nicht mehr, gaben die Diamanten, wenn man sie kaputt macht? Ich meine mich so dunkel zu erinnern. Das checken wir jetzt mal. Na ja, das checken wir jetzt mal. Okay, komm zurück, dann töte ich dich. Ja! Ja! Super vorbereitet. Mann, Mann, Mann. Wäre auch schlauer gegangen. Das hat doch eben schon nicht geklappt. Das klappt doch jetzt bestimmt erst recht nicht. Ah, doch. Oh, hier kann man auch Goldbahnen investieren. Okay. ein Diamant fehlt mir. Hab ich, hab ich den jetzt, krieg ich jetzt nicht mehr, weil ich, äh, mich da so blöd kaputt gemacht hab, ne? Natürlich. Natürlich nicht. Und hier versteckt sich natürlich auch keiner. Das heißt, ich muss es echt nochmal spät, ne? Sehe ich das richtig? Klar. Ah, es gibt Punkte. Aber ich komm nicht mehr raus. Ja, okay, Neustart. 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 Das war's. Habe ich mir jetzt schon wieder ein Diamant weggemacht? Ich glaube schon. Ich probiere es nochmal. Na klar, es sind jetzt neun. Nehmen wir uns definitiv weniger. Mist. Geht's trotzdem noch? Gute Frage. Nein, mir fehlt schon wieder einer. Kriegen wir hin, kriegen wir alles hin. So, jetzt sind's aber neun. War weiter als ich wollte, aber gut. Klappt doch. Nein, nein, nein! Improvisierungstötungstalent. Na klar. War geplant. War geplant. Genau so, wie es passiert ist. Der Ausgang ist offen, aber ich mach noch Punkte. Ich mach noch ein paar Punkte. 30 Sekunden hab ich noch. Scheiße, sterbe ich jetzt durch etwas ganz Dummes. Beeilung! Ah, ich hab noch Zeit. 15. Ah, klappt. Ach, jetzt geh ich. Ja. Ja. Ja, Mann. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hätte eigentlich noch sowas einrichten müssen wie, ladet euch die neue Podcast-Folge Start und Select runter. Nummer 74. Es geht um Resident Evil 8. Heute Nacht erschienen. Da hab ich nämlich die letzten Tage dran gesessen. Danke scharf. Ein junger Gott. Wär ein Gott, aber kein junger. Hm. Gönnt ihr, Rice Bowl. Level 5 Classic. Also mal gucken, wie lange die Levels noch werden, aber vielleicht schaffen wir Classic noch durch. Ich weiß es nicht. Die letzten Levels waren, glaub ich, doch recht schwierig. Das war nicht so schwierig, oder? Ich hatte Glück. Muss auch mal sein. Level 6. Okay. Das, ähm... Wo sind denn hier Boulder, um die zu töten? Gar keine. Das heißt, ich muss einfach nur die Diamanten sammeln. Nur, ne? Okay. Gut, probier ich. Wie laufen die denn? Nee, den letzten will ich auch noch haben. Den letzten will ich auch noch haben. War jetzt auch okay. Nordic Silent. Schönen guten Abend, wann ich immer streame. Na, so unter der Woche abends öfter mal jetzt keine festen Zeiten. Aber, ähm, ich hatte jetzt auch gerade erst angefangen. Das pendelt sich noch ein, wenn ich kann. Also, wahrscheinlich auch jetzt die nächsten Tage wieder morgen, übermorgen, Freitag, früher vorabend, so zum Vorklühen auf den alten Mann. Ich sag da immer auf Twitter Bescheid. Also, einfach bei mir auf Twitter reinschauen, ähm, slash Joachim Hesse. Da findest du dann Terminankündigungen. Okay? Enceladus! Hallöchen! Wieder da! Schön! Ja, als hätte er es erst gestern gespielt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte das... Ich hatte ja als Kind keinen C64. Ich war jetzt ein... Mein armes Kind. Ich habe erst spät meinen eigenen Home-Computer gekriegt, zur Konfirmation. Zwar Namiga dann allerdings schon. Und deswegen habe ich das nur bei Freunden gespielt. Ich glaube, ich habe das nie durchgespielt. Ich habe da vielleicht mal zugeguckt. Da fühle ich mich heute wie Angela Merkel. Das ist alles Neuland. So. Nein, nein, nein. So war es nicht geplant. Nein, nochmal. Ah, eins zu weit. Warum? Ach, die geben noch nicht mehr was. Dann seid ihr mir egal. Dann ignoriere ich euch ab jetzt. Ich komme da gleich nicht mehr durch. Also die Steuerung ist nicht ganz so präzise mit dem Analog-Stick. Nein. Ah. Nochmal. So langsam verstehe ich, wie es funktioniert. So langsam verstehe ich, wie es funktioniert. Wenn du da mal vorst. Und dann neu ist das schon wieder auf angekündigt. So langsam verstehe ich. Sieht doch aus, als hätte ich es geschafft. Yes. Elektroscharf. Elektronisches Scharf wird jetzt nur noch Elektroscharf genannt. Double Kill, ja, so sieht es aus. Level geschafft. Perfekt. Ja, schon Level 8. Die Chancen stehen gut. Es geht hier ab. Was sind das für komische Geräusche? Hier sind neue Gegner, glaube ich. Das war nicht klug. Nochmal, nochmal. Oh, was ist das? Radioaktive Pampe? Oh, es frisst sich weiter. Oh, man muss sich beeilen. Ah! Man muss sich beeilen, Tod. Super. Super. Ja, genau. Sam Penman nennt Leute um. Und elektronisches Scharf ist doch so ein nettes Scharf. Das muss doch vorher wenigstens gefragt werden. Okay, okay, okay. Jetzt nochmal Konzentration. Also, ich brauche ja diese roten Viecher nicht töten, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, einfach hier durchlaufen reicht auch. Offenbar nicht. Das ist doch kaputt, Mann, oder was? Moment, jetzt haben die da drüben sich all den Felsen verwandelt? Ja, ja, von Bulletage gibt es 1000 Ports. Eigentlich auf alle Systeme, weil das Spielprinzip so simpel ist und die Grafik nicht so viele Ressourcen erfordert, kann man es ganz gut umsetzen. Jetzt beeile ich mich mit dem Schärm. Wir haben nicht ewig Zeit. Ja, sorry. Okay, nochmal. Aber was muss man tun? Habt ihr eine Ahnung, wie man hier an die 15 Punkte kommt? Also, wie soll ich das denn schaffen? Hier gibt es doch gar nicht so viele Terme. Vielleicht, wenn die hier reinlaufen in das grüne Zeug. Ich lasse das mal frei und hoffe, dass es jetzt so viele Zeug war. Was soll ich tun? Ich kenne das Level auch nicht von früher oder so. Ich weiß nicht, wie das geht. Wie kann man dieses grüne Giftzeug besiegen? Das muss ja was mit den Fischern, die hier rumlaufen zu tun haben. Vielleicht klappt es, wenn ich alle umbringe von den Fischern. Hä? Jetzt hat sich das alles in Steine verwandelt, okay? Aber der Ausgang ist ja immer noch zu. Toll, jetzt ist auch noch die Zeit weg. Na, mach. Okay. Ich habe 6 von 15 Diamanten. Keinen Stern. Was mache ich falsch? Wie soll es gehen? Also, Deft. Die Gegner müssen das Grünzeug berühren. Okay. Flimmer mit Randir. Ich weiß es noch. Aber es wäre witzlos, es zu verraten. Du warst mir so sympathisch am Anfang. Toll. Okay, ich versuche jetzt erstmal, das grüne Zeug mit einem von den Tieren in Kontakt zu bringen. Das kann nicht einfach dran vorbei rennen. Okay. Das ist ein Lerneffekt. Aber vielleicht ja doch. Das ist ein Lerneffekt. So. Das lebt immer noch. Die grüne Masse ist noch am Leben. Nein. Nein. Rice Bowl. Die Tomb Raider Teile von Core Design. 1 bis 5 wichtig finde. Echt. Da fragst du den Fallchen. Echt blöd. Also ich finde die neuen, finde ich richtig super. 1 bis 5. Die Frau steuert sich wie ein Panzer mit Polygonhupen. Also, ne. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Also, ab dem ersten Redesign. Legend war das, glaube ich. Und was dann noch kam. Die Neuauflagen der ersten Teile. Das fand ich cool. Aber die Originale sind nicht mehr im Fall. Und die neuen finde ich richtig gut. Herr Deft, ich bin auch überfragt, wie das geht. Also, vielleicht flimmer mir dran dir. Irgendwann werde ich, glaube ich, auf dein Rad zurückkommen müssen. Ich probiere das jetzt nochmal. Dass ich da was hinlocke. Aber, puh, wäre ja fast schon am Schiff gekommen. Geht es denn jetzt da lang? Ah, und wieder das Ding vergessen. Schreibzeug. Irgendwie. Vielleicht muss ich es mal umgekehrt machen. Ich lenke jetzt das grüne Schleimzeug in Richtung Monster. Und dann umgekehrt. Und dann. Mal sehen, ob es das Monster da. Oh, jetzt habe ich das Monster getötet. Und, und, kommst du hier rüber? Hallo, Schleimzeug. Und? Ich weiß auch noch nicht, warum sich das Schleimzeug vorhin in... ...in Steine verwandelt hat, wie das passiert ist. Jetzt komme ich da nicht mehr an den Diamant. Den brauche ich doch bestimmt auch. Warum? Warum hat es sich jetzt verwandelt? Okay, wer hat das jetzt gesehen? Warum verwandelt sich das grüne Schleimzeug in diese Felsen? Oh, Koro geht ins Bett. Schlaf schön. Oh, Sakatvelo. Dankeschön für dein Abonnement. Wie geil. Danke. Super geil. Ich habe noch keine Alerts. Ich möchte mich dafür nochmal entschuldigen. Es kam mit einem von den Gegnern zusammen, Rice Bowl. Leidenschaftliche Berührung. Zeit beispielsweise Ausbreitung. Okay, aber wenn das kaputt ist, habe ich das Level ja trotzdem noch nicht geschafft. Was muss ich denn da machen? Ah nee, jetzt habe ich das da wieder gefangen. Ach komm, warum geht das manchmal, manchmal nicht? Wer geht hier schlafen? Wer geht hier schlafen? Oh, Ollchen. Ah ja, du musst ja früh aufstehen. Schlaf schön. Gute Nacht. Koro geht auch ins Bett. Maraudeur, ich gehe gerade hier im Chat zurück. Du weißt, wie es geht. Komm, verrat es mir einer. Wir wollen uns doch jetzt nicht quälen. Sonst muss ich hier noch aufhören. Das wollen wir doch allen nicht. Maraudeur, okay, jetzt deine Theorie. Ich meine, man muss die Masse an der Ausbreitung behindern, dann verwandelt sie sich in Diamanten. Ach, das heißt, wenn ich sie vorher beseitige, dann werden es keine Boulder, sondern Diamanten. Ex-Cloud, Mensch, ja, ist okay, geh ruhig schlafen, aber schön, dass du da warst. Okay, ähm, einsperren. Das ist eine sehr schlaue Idee, ich probiere es. Wenn auch, ich hole erst in diesen komischen Diamanten. So, einsperren, einsperren. Das heißt, möglichst viele Steine. Oh, ich brauche einen Stein, ich brauche einen Stein. Oh. So, da kommt es nicht weiter. Ah. Ich habe mich getötet. Nochmal, nochmal. Das Pad, ich wollte nicht so weit rüber. Ausreden, alles Ausreden. Aber jetzt habe ich wieder ein Ziel vor Augen. So, wieder, wieder. Unkonzentriert wieder. Unkonzentriert. Ne, 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 das schaffen wir schon hier. Das schaffen wir schon. Oldschool-Spiele sind mir nicht gewachsen. Meine Geduld. Ich muss alles nur lange, wenn man probieren kann. So. Da. Das ist ein Event. Dann jetzt hier. Mann, was mache ich denn? Ich bin so doof. Und ich muss hier trotzdem diese Diamanten sammeln. Sonst schaffe ich es nachher und trotzdem ist es erreicht, wenn ich dann zu wenig habe, um es den nächsten zu lösen. So, eingedämmt. Ach, immer dieses Vieh. Was? What the fuck? Fuck. Nein, nein, nein. Also, wenn es langweilig wird Bescheid sagen, aber ich versuche es jetzt hier durchzuziehen. Nein, 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 nein. Ich brauche euch. Nicht so. Oh, nein. Es ist ausgebrochen. Es wird nichts mehr. Komm, Neustart. Das stimmt, gell? Es war damals langsamer. Also, mit dem Analogstick nicht ideal und ich muss aber auch sagen, mit dem Pad, mit dem Digi-Pad, die modernen Digi-Pads finde ich das auch nicht so präzise wie ein Competition Pro oder sowas. Komm, zu dicht. Nein, 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 da fehlt noch eins. Nein, nicht daheim. Oh, doch daheim. So, da ist dicht, da ist dicht. Aber ich war zu langsam. Ich war zu lahm. Ich war zu lahm. Neustart, ich war zu lahm. Ich hole Diamanten erst am Schluss. Neu Tag. Erst einmauern, dann Diamanten. So, da ist dicht, da ist dicht. Da ist auch dicht. Und ich mach mich tot. Ich glaub's nicht. Wie sagt schon, Wario, so ein Mist. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Er ist nicht nach rechts gegangen. Ich hab Zeugen. Das krieg ich jetzt. Das kriegen wir alles hin. Nein. öh, Mann. Oh, Mann. Töber, Mann. Joah! Das macht mich gar nicht Message. Ah, Mann. countries gemen, ja... milagen. Oh, Mann. needle nicht ab. Oh, Mann. Blick steht auf eigene Graue, 鏡 atmen canon cooldown wieder actions. So, es ist eingesperrt. Jetzt hole ich hier Diamanten und hoffe, dass gleich, wenn es dann nicht mehr weiterkommt, dass es sich selbst in Diamanten verwandelt. Bin gespannt. Also, ich habe jetzt eine Weile mit dem Dickie-Kreuz gespielt. Macht es nicht besser. Ah, an den da komme ich wohl gar nicht mehr. Okay. Mist. Ah, wahrscheinlich habe ich jetzt auch schon zu viele Diamanten eingebaut. Aber wir werden es ein bisschen. Nein. Nein, 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 da hat sich wieder was freigebaut. Oh, gerade noch gesehen. Gerade noch gesehen. Das... Ja, das Vieh hat das weggesprengt. Das wäre fast in die Hose gegangen. Juhu. Fast geschafft, fast geschafft. Wo ist der Ausgang? Nein, jetzt muss ich den Ausgang noch finden und ich sehe ihn nicht. Da drüben. Ich sehe ihn. Ah, 10 Sekunden. Ich habe es doch gesagt, das wird geschafft. Was heißt, ihr Glück gehabt? Pure Dominanz. Ich brauche eine kurze Möhrenpause. Hui. Oh, Mann, Mann, Mann. Es sieht so alt aus, aber es ist so nervenaufreibend. Also, ich weiß nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, aber im Grunde, man braucht gar keine neuen Spiele mehr. Mit den alten Spielen könnte ich mehrere Leben füllen. Das sind so gute dabei. Mitrandier. Schon klar, ich mache ja Spaß. Fast hätte mich die Geschwindigkeit in Kombination mit dem Analogstick davon abgehalten, dass den Exit zu erreichen. Marodeur. Du hast nachts im Schlaf Steine geschoben. So süßifussmäßig. Ich erinnere mich daran, dass ich als Kind irgendwann einen Gameboy gekriegt habe, den wir natürlich auch überall gezockt haben, wo es hell war. Und ich saß irgendwann dann mal im Bus, der zur Schule gefahren ist und guckte so raus und da waren so Häuser. Und ich überlegte dann, oh, in diesen Häuserspalt muss jetzt dieser Block rein und jetzt passt ein Fährer. Und da dachte ich so, oh nein, ich glaube, du hast zu viel Tetris gespielt. So. Acht Stunden pro Tag, Marodeur. Buller dich. Okay. Das erklärt vieles. Weiter. Weiter geht's. Level 9. Schon fast die Hälfte. Mal sehen. Also ich höre keine fiesen Massengeräusche. Moment, jetzt habe ich gerade gedacht, das Level sieht doch genauso aus. Mal gucken. Mal gucken. Also es ist aber nicht das Gleiche. Also jetzt habe ich 8 von 15 Diamanten. Also diese Mauer sieht komisch aus. Mit der könnte irgendwas sein, aber was? Ah, Steine, die durch diese Mauer fallen, verwandeln sich in Diamanten. Gut zu wissen. Sehr interessant. So eine Mauer bräuchte ich hier auch mal. Und der Ausgang ist schon frei. Das ist doch super. Aber wo ist er? Wo ist der Ausgang? Ich sehe nicht. Wo ist der Ausgang? Hallo. Yo. Erster Versuch. Level geschafft. Ist doch schön. Also gut. Einmal gestanden. Vielen, vielen Dank für euren mentalen Support, der mich hier durch die Level bringt. Jetzt sind wir schon bei der Halbzeit, wenn ich das geschafft habe. Intermission 2. Ähm. Okay. Das Fiese hier dran ist, ich sehe schon. Wenn man nicht ordentlich lenkt, erschlägt einen der Stein oben drüber. Toons Truck am, an der PS1 gibt es das auch, ne, MeToo? Aber das habe ich nicht wirklich gespielt. Halbzeit. Das Level heißt Gier und wenn ich das so sehe, weiß ich auch warum. Hier sind nämlich lauter Diamanten, die alle von fiesen Felsen umgeben sind, die mich töten werden, wenn ich die aufsammle. Mal gucken. Okay. Okay. Oh nein. Gier halt, ne? Neue Taktik. Ich mache erst hier auf. Nein. Nein. Ich kann mich ja rausschieben. Ich dachte jetzt, ich bin vielmehr da drin gefangen. Okay. Ah. So. Ich habe ein knappes Drittel. Ich habe ein knappes Drittel. Dann kam ich. Uh. Okay. Oh nein. Jetzt habe ich auch¿. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gea! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, ich hätte wahrscheinlich mehr Steine durchjagen müssen. Können wir ja noch nachholen, so ist es ja nicht. Da haben wir schon zwei Sterne, das wird... Nein, ich wollte doch schieben. Kuckuck. Auch dumm, auch dumm. Richtig dumm. Ähm, ne mehr krieg ich da nicht durch. Okay. Aber ich habe ja drei. Ich habe ja drei. Habe ich gar nicht mitgeklickt. Juhu. Drei Sterne. Auf eins. Uiuiui. Das schließen wir alles richtig, wie es sich gehört, ab. So, was passiert hier? Zwei Minuten Zeit, sechs Diamanten brauche ich. Klingt jetzt nicht so schwer. Was ist jetzt hier fies? Fies ist hier überhaupt erstmal durchzukommen, stelle ich fest. Da unten habe ich schon mal ein Diamant ausgelassen. Das wird wahrscheinlich problematisch. Boah, was geht denn hier ab? Ich sehe überhaupt nicht... Oh, ne. Ja, das war's. Hier komme ich nicht mehr weiter. Neustart. Was sind denn Höhlen? Achso. Gut. Ich probiere es erstmal... Links. Komm nicht mehr durch. Neustart. Mann, das war jetzt... Nein! Oh, gefangen. Tja, das bringt nichts. Vorbeilaufen geht auch nicht. Das ist jetzt wegzusprengen, was hier. Na gut. So, jetzt komm ich da schon mal durch. Aber hier nicht. Nein, und er geht kaputt, weil ich dumm bin. Ich mach's immer so spannend, Schaf, ja. Da kannst du gar nicht schlafen, ne? Hat er nicht gelenkt, ehrlich. Ich weiß nicht, ich wollte. Nein! Da wollte ich nicht, das war einfach dumm. Oh, dumm ist, wer dummes tut. Oh, der war echt, der, der war wichtig. Also, oh, ho, ho, ho. Der hätte ja hier in der dummen Akademie schon Platz verdient. Wer so Bulle, der spielt. Jetzt hätte ich Bock auf eine Runde Tick-Tack, ey. Ich wollte sie auch pumpen. Äh. Äh. Ich muss erst da rüber, bevor ich da oben aufmache. Aber dann komme ich da nicht mehr durch, wenn ich da reingehe. Okay, ich gucke erst mal hier. Ich habe schon irgendeinen doofen Fehler gemacht. Okay, ich muss auch nicht mehr da durch. Das ist okay. Den habe ich. Sorry, aber ich komme da nicht runter. Verflixt. Der letzte fehlt. Verflixt. Okay. Okay, also muss ich gleich irgendwie vorher nach rechts. Gut. Schauen wir uns das Ganze mal an. Erst nach rechts. Nein, 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 nein. Okay, schon wieder verfranst. Das geht, doch, es geht. So geht's. So geht's. Dann könnte ich jetzt gerade den da oben schon noch holen. Und dann zurück. Das war nicht meine Absicht, aber es könnte trotzdem gehen. Es könnte noch gehen. Ich muss ein bisschen Platz sparen hier. Da muss ich nicht mehr rüber. Hm, reicht das? Nein, die Zeit reicht nicht. Wo ist der Ausgang? Ah, da drüben. Nein, da komm ich nicht mehr rüber. Ach, come on. Come on. Der war mies. Oh. Ganz kurz Pause. Und der war doch echt fies, oder? Hatte schon alle Diamanten. Okay. Okay. Das war's. Äh, der sollte eins daneben hochlaufen, Mann. Stimmt, ich hätte ein Gold einsetzen können. Du hast vollkommen recht. Oh, okay. Das, das mache ich. Äh, Daymax. Da habe ich gerade eben nicht mehr dran gedacht, das Gold einzusetzen. Nein, 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 nein. Man wird aber auch leicht unachtsam. Oh, das war zum Beispiel saudumm. Klappt das jetzt überhaupt noch? Der Stein fällt dann da runter. Okay. Jetzt werde ich unachtsam. Jetzt werde ich unachtsam. Genau. Ja, darf auf der Tastatur würde es wahrscheinlich echt besser funktionieren. Aber ich möchte meine Hand am Pad lassen. Zeit fürs Bett. Gute Nacht, Marodeur. Ja, gute Nacht. Ich glaube, ich mache auch bald Schluss. Ich probiere es noch ein paar Mal. Aber ich merke schon, das ist ein Spiel, das ich auch demnächst noch mal weiterspielen will. Oh. Das ist jetzt schon wie bei Heidelberg, wo am Ende halt gar nichts mehr ging. Und am nächsten Tag die schweren Level so zack. Also zack ist übertrieben, aber so recht gut von der Hand liefen. Ja. 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 Und dann, dann, dann sowas. Wo er einfach anders denkt, als ich mirs denke. Oh Mann, oh Mann. 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 Ja, ja. Ihr merkt schon. Also ich probiere es jetzt noch fünf Mal. Und wenn es dann nicht klappt, dann höre ich auch. Also es ist keine Absicht, ne? Ich bin echt ein bisschen durch schon. Das ist auch recht anstrengend. Weil man muss sowohl nachdenken, als auch relativ schnell reagieren. Verfleckst noch mal. Drei Mal. Also eigentlich will ich es schaffen, weil ich das Level nicht unbedingt morgen nochmal spielen will. Ich gebe alles. Nein. Ja, toll. Wie habe ich denn das noch geschafft? Da habe ich jetzt selbst nicht mehr dran geklaut. Und dann so ein dummer Fehler. Ja, komm. Diamant. Diamant ist ja eigentlich schon ein bisschen cheap, ne? Lüter, wenn du das pessoas wie man. T канал dich oder ihr tr �ot. Ich glaube es gibt die N Genau auf. Zero, 셋 totales flooded thematessen. Also embassy Ab фильм Reg extensions aura Vocês hier gemeinsam sur Blessed ist Fourjaim Das ist ja dumm. Wo ist denn der Ausgang? Wo war denn der Ausgang? Ich investiere noch einen Diamant, äh, noch einen Goldbar. Das ist jetzt okay. Ich hoffe, dass es okay ist. Ich warte, bis die Zeit abläuft und investiere noch einen Goldbar. Boah. Aber wo waren hier, in welchem Viertel der Ausgang? Links, rechts? Rechts unten? Da komme ich ja auch nicht mehr hin. Da brauche ich ja zwei Goldbarren. Ah, doch. Das geht. Das geht noch. Ähm. Ach, mir fehlt noch ein Diamant. Wo habe ich denn den Diamant übersehen? Hä? Welchen Diamant hat er? Ach, hier ist noch einer, ne? Ja. Ja, vorsichtig, vorsichtig. Okay. Okay. Da ist er. Oh, geschafft. Bäm. Mit Goldpower geht's. Ja, ja. Oben mit der Hackenporsche. Danke. Das war rechts. Rechts. Oh, Level 12 geschafft. Ai, ai, ai. Danke. Für die mentale Gedankenkraft, die ihr mir geschickt habt. Ich gucke noch den nächsten an, aber wenn der schwer ist, höre ich auf. Oh, jetzt habe ich 14 statt 13 genommen. Oh. Oh. Oh nein, da ist, da ist wieder dieses komische Zeug. Ähm, aber jetzt kommt das ja von... Wie soll ich denn das verhindern? Hä? Wie soll ich denn das an der Ausbreitung verhindern? Was ist das? Es ist böse. Okay, ich... Nee, ich will zurück. Ich will in... Ich will in das richtige Level 13, nicht in 14. 14 ist für morgen. Auf jeden Fall. Bäm, bäm. Ach, wir machen doch hier noch ein Späßchen. Also das ist, glaube ich, mehr so eine Frage des richtigen Timings. Okay. Das ging. Das ging. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Ich glaube, für heute höre ich hier auf. Es ist ja auch schon kurz vor 11. Zeit ins Bett zu gehen. Zählt das elektronische Schaf mehrfach durch. Krault es ein wenig. Und seid nett zu euren lieben Mitmenschen und Leuten, die neben euch nächtigen. Ich wünsche euch was. War super, dass ihr da wart. Und... Ach, vielleicht spiele ich es morgen sogar schon weiter. Ich sage dann auf Twitter Bescheid. Wie gesagt, klasse, dass ihr hier wart. Küsschen und gutes Nächtchen. Ich suche noch einen Stream raus, den wir raiden können. Und werde euch gleich mit dem Endscreen beglücken. Moment. Machen wir direkt. So. Endscreen. Und auf Wiedersehen. Bleibt noch da für den Raid. Bis dann. Bis morgen für euch. Tschüss. Es geht los, das Spiel beginnt. Niemand weiß, wer es gewinnt. Und ich lauf, 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 lauf. Nimm's mit allen auf. Ich... Ich lenke die Geschicke. Ertrage finnste Blicke. Bin durch die Unterwelt gereist. Weißt, wie der Zauber heißt. Ich bin vollkommen, vollkommen verrückt. Ich bin unsterblich, unsterblich verliebt. Im Computerspiele. Im Computerspiele. Ich schieße alle übern Haufen. Ich mag mir extra Waffen kaufen. Ich bin ein Böse und kein Guter. Ich spiele Ego-Spiele. Ich bin vollkommen, vollkommen verrückt. Ich bin unsterblich, unsterblich verliebt. Im Computerspiele. Im Computerspiele. Im Computerspiele. im Computerspiele. Im Computerspiele. Das Spiel, ich bin sehr glob corporation. Und ich binjem Barbie. Im Computerspiele. Ich bin vollkommen, vollkommen verrückt Ich bin unsterblich, unsterblich verliebt In Computerspiele Computerspiele Rayman, Minecraft, GTA Battle of New, Final Fantasy Kingdom Hearts und Dragon Ball Ich finde alle Spiele toll FIFA, Titan, B.O.B. Zelda, Simpsons, C.O.B. Gears of War of Pokemon Ich finde alle Spiele toll Ich habe echt schlimme Sachen gelesen Also zum Teil Soll der Bullet Drop nicht droppen Sondern nach oben ziehen Und so weiter Onkel, J.O. Äh Oh Danke sehr für den Re Ist ja witzig Danke sehr Hast du auch gerade das Spiel gespielt oder was? Sieht bisher ganz interessant aus, finde ich Ja, ey, das war das Intro Und das fand ich jetzt Also da Heutzutage Vielleicht Könnte man Vielleicht Ist ein Indie-Studio, soweit ich weiß Insofern ist es nicht so Okay Formuliere ich das mal Ähm Wir müssen Wir müssen die Wir müssen die Auflösung umstellen Das ist jetzt gerade hier hochgezogen Das wird Wundert euch nicht Das wird gleich komisch Pfff machen Ähm Ja Also liebe Grüße an Onkel J.O. Ne, was altes Aber ich wünsche dir viel Spaß Danke sehr Mensch Ist ja Ist ja abgefahren Vielleicht nochmal Da hatte ich irgendwie ja nicht Auf dem Schirm Da hatte ich irgendwie ja nicht Das ist ja komisch, wa? Das tut mir jetzt aber leid Das ist ja richtig peinlich Oje Warte mal Wo mache ich denn hier Pause Da Zack Weg Weg Was habt ihr denn altes gespielt? Ich streame auch erst seit zwei Wochen Ah Deswegen Na siehst du mal Hier ist das Spiel Wo man ein Schwert hatte Und die Zeit anhalten konnte Und an Wänden laufen konnte Bode Das ist geil Nice Ah Erinnerung Guck dir mal die Auflösung an hier Machen bitte Und mach mal Vollbild Macht er So ich hab doch gesagt Das ist dann Puh Jetzt müssen wir es wieder kleiner ziehen Das ist Ich verstehe nicht warum die Spiele nicht einfach in der Native Auflösung starten Aber Ja Es war auch ein Klassiker aus meiner Kindheit tatsächlich War es damals auch auf dem Amiga Also ich meine ich hab's auf dem Amiga gespielt Aber das kann ja alles sein Kann ja alles sein was ein Bildschirm hatte Hält meiner jugendlichen Computerzeitschrift hin Ja Ich denke schon Amiga war eher Emerald War es der C64? Wo Wo Haben mit Bode Das ist drauf gespielt Als wir klein waren Es ist Was mich über Oh ne Der Sound ist gar nicht Ich hab ihn nur leiser gezogen Hier Ich meine die Mucke Wirkt erstmal gut C64 Gibt's aber im Grunde überall Jetzt Ja mittlerweile ne Oh Hoshi Vielen Dank für den Zapfe Onkel Jo Ah Danke Meister So lass spielen jetzt Ich will Ich habe Ich habe Hoffnung Dass es nicht so schlimm ist Wie die Leute schreiben Vor allem die negativen Rezensionen Fingen oft an mit Ich finde das Spiel eigentlich super geil Hab so viel Spaß damit Aber Mal gucken Oh doch Deutsch Ein Nervenkeks Ich musste Ich bin gestorben Sehr leise Okay Ich kann nicht mehr leise Lauter gerade mal Damit sie nicht länger Irgendein Niemann sind Der hört Haus Makropole Und Ruhm schocken Hier unten herrscht Eine Ordnung Der anderen Karten Niemand will Dass die Enforcer Oder noch Schlimmeres Hier runterkommen Um uns die Regeln Aufzuzwingen Die oben In der Makropolen Stadt gelten Also folgen wir Lieber den Regeln Der Gildenhändler Ohne sie Würde hier alles Zusammenbrechen Mit Randy Hau rein Tschüss Onkel Yo Ich bin echt gefährlich Oder echt verzweifelt Und die echt verzweifelten Sind am gefährlichsten Deshalb denke ich Dass wir uns gegenseitig Helfen können Wir holen uns das Kopfgeld Das auf den Mörder Von Maro Birex Ausgesetzt ist Und bringen die Dinge Wieder in Ordnung Denn Leute wie wir Sind Agenten der Ordnung Selbst wenn wir unterwegs Ein wenig Staub aufhören Bist du dabei? Von Maro Birex Von Maro Birex von Maro Bime Bist du dabei? Bist du dabei? Vielen Dank.